Hallo liebe Followerinnen und Follower, ich bin Birgit May und Twitter für den KV Mönchengladbach. Wenn du Lust hast, uns nicht nur im Wettbewerb 2.0 zu freuen, sondern auch an grüner Politik interessiert bist und aktiv mitgestalten willst, dann komm doch einfach mal bei uns vorbei in der Brandenberger Straße 36 in Mönchengladbach. Wir wollen uns gerne freuen, wenn wir dich sehen und wenn du Lust hast, dann kannst du auch Mitglied bei uns werden. Vielen Dank.